Die Volkswagen Sachsen GmbH ist Stammgast beim Tag der Bildung in Zwickau. Die beruflichen Möglichkeiten bei einem der größten Arbeitgeber der Region sind vielfältig und modern wie das Beratungsangebot, welches am Samstag in der neuen Welt genutzt werden konnte. Wir haben ein paar neue Technologien mitgebracht. Einerseits die Virtual Reality, die wir auch einsetzen in der Qualifizierung. Also mit der VR-Brille können sich die Jugendlichen, auch die Eltern natürlich, sehr gerne mal anschauen, wie heute auch eine Qualifizierung stattfindet, indem man sich Bauteile auswählt, ein Lernprogramm startet und dann in verschiedenen Levels eben auch sich praktisch Wissen aneignet zu dem jeweiligen Prozess. Und das Zweite ist im Grunde genommen nochmal was Virtuelles, nämlich ein Schweißprozess. Man kann also mal probieren, wie ruhig die Hand liegt und man kann selber mal eine Schweißnaht ziehen. Die Ausbildungsberufe sind vor allem natürlich Berufe, die jetzt ganz eng mit der Elektromobilität, mit unserer Umrüstung auf den MEB-Standort zusammenhängen. Das sind unter anderem der Elektroniker für Automatisierungstechnik, das sind auch die Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Und wir bieten auch das duale Studium an, setzt natürlich auch auf akademischen Nachwuchs und da unter anderem eben die Elektrotechnik, die Informatik. Das sind die Studiengänge, die wir sehr brauchen. Technisches Interesse und etwas Erfinder- und Entdeckergeist sind Voraussetzungen, die Schüler für eine berufliche Karriere bei Volkswagen Sachsen mitbringen sollten. Wir setzen voraus, dass sie gute schulische Noten haben, insbesondere eben in den naturwissenschaftlichen Fächern, Mathematik, Physik, natürlich auch deutsche Sprache, ganz klar. Und für die Studenten im dualen Studium ist das Abitur die Voraussetzung, ansonsten ein guter Realschulabschluss. Und wir gucken auch noch auf die Kopfnoten. Wer es zum Tag der Bildung nicht in die neue Welt geschafft hat, kann sich im Internet auf der Karriere-Seite von Volkswagen Sachsen umschauen und fündig werden. Das ist www.vw-sachsen.de und unsere Seite ist sehr gut aufgebaut. Da findet man viele Informationsmöglichkeiten über unsere Ausbildungsberufe und auch, wie man sich bewerben kann.